Wie könnte ich den kleinen Michael vergessen? Der kam ja jede Woche. Und jedes Mal sagte er mit leuchtenden Augen, Stockriesen bitte, Frau Lange. Einen Stockriesen musste ich ihm immer sofort geben, die anderen in die Tüte packen. Jetzt gibt es Stockschokoladenriesen. Ganz neu mit viel kräftiger Schokolade. Einfach riesig schokoladig. So richtig was für Michael. Stockschokoladenriesen bitte, Frau Lange. Und den allerersten, den isst er immer noch sofort. Stockschokoladenriesen. Wirklich riesig schokoladig. Wie könnte ich den kleinen Michael vergessen? Der kam ja jede Woche. Und jedes Mal sagte er mit leuchtenden Augen, Stockriesen bitte, Frau Lange. Einen Stockriesen musste ich ihm immer sofort geben, die anderen in die Tüte packen. Jetzt gibt es Stockschokoladenriesen. Ganz neu mit viel kräftiger Schokolade. Einfach riesig schokoladig. Stockschokoladenriesen. So richtig was für Michael. Stockschokoladenriesen bitte, Frau Lange. Jetzt gibt es Stockschokoladenriesen. Ganz neu mit viel kräftiger Schokolade. Einfach riesig schokoladig. So richtig was für Michael. Stockschokoladenriesen bitte. Und den allerersten, den isst er immer noch sofort. Stockschokoladenriesen. Wirklich riesig schokoladig.